Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 46 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 900 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017